Ja, ihr wisst genau, wenn ich da bin, dann dampf ich gerade. Wo? In Berlin auf der Hanfparade. Am 9.8. ist die Flamme auf der Hanfparade. Und ich werde auf der Straße des 17. Juni auftreten und eine Show haben. Und ich hoffe, dass ich die so richtig gut machen kann, weil auf der Hanfparade so richtig coole Leute sind. Deswegen kommt vorbei. 9.8.2014 Hanfparade zusammen mit Flamme.